Hallo, hier ist Jutas Shopping Kanal. Ich zeige euch heute die aktuelle Broschüre vom Februar. Die gilt noch bis 28.02.2021. Entfacht das Feuer der Leidenschaft ist das Thema der aktuellen Broschüre. Und schon geht's los. Beim Kauf von 3 bis 4 Düften aus der Attraction Collection von den Seiten 4 bis 9 aus der Broschüre 2 erhältst du einen Rabatt von 40%. Das ist doch mal ein Wort. Also ihr könnt ganz einfach die Produkte aus der Broschüre bestellen. Den Link sende ich euch unterhalb des Videos. Meine E-Mail-Adresse steht in dem ersten Kommentar. Also ihr merkt euch die Seitenzahl. Gehe nochmal zurück. Weiter vor, meine ich. So, dann findet ihr hier die Bestellnummer. Hier in dem Fall ist das die 38216. Die notiert ihr euch in die E-Mail, die ihr immer schreibt. Schreibt zur Sicherheit den Preis dazu. Und natürlich eure Adresse. Und dann bestelle ich das für euch. Weil wir haben hier sehr viele Aktionen in dieser Broschüre. Ich zeige es euch gleich. Also da waren es 40%. Und hier beim Kauf von 5 oder mehr Düften aus der Attraction Collection nach Wahl, von den Seiten 4 bis 9 aus dieser Broschüre, das ist die Broschüre 2, gibt es einen Rabatt von 45%. Und das ist das Aktionsangebot. Da erhaltet ihr automatisch, gratis ein Geschenk. Ein pur blanker Essenzduft. Das ist ein sehr lieblicher Duft. Sehr schön. Den erhaltet ihr beim Kauf von 2 oder mehr Haarpflegeprodukten nach Wahl. Von den Seiten 2, 20 bis 2, 23 oder 2, 42 bis 2, 47 aus dieser Broschüre. Den pur blanker Essenzduft erhaltet ihr auch gratis beim Kauf von 2 oder mehr Planet Spa Produkten. Von den Seiten 30 bis 31, 154 bis 161 aus dieser Broschüre. Das sind diese Produkte, die Planet Spa Produkte. Da kriegt ihr also den Essenzduft gratis dazu. Dann haben wir das Highlight. Das gilt noch bis morgen. Da könnt ihr, schreibt ihr mir einfach aus, was ihr haben wolltet. Haarpflege Set 20, 99. Dann weiß ich Bescheid. Oder eben das Verwöhn-Set mit Gesichtspflege und Maske und Reinigungsschaum für 10,09 Euro. Das ist das Highlight 1. Das gilt bis 14.02. Und ab Montag, also ab dem 15., könnt ihr das Highlight 2 bestellen. Diese zwei Produkte. Und das Highlight 3 ist ab dem 22.02. bis zum Ende des Monats bestellbar. Hier habt ihr Verkaufstipp für die Haarpflege, wie ihr mit den Haarprodukten, mit den Serien langfristig Erfolg haben könnt für eure Haare. So, dann sind hier noch ein paar Geschichten. So, dann geht's hier los. Das Angebot Set 5 Körperpflegeprodukte für 11,99 Euro. Das spart ihr 55%. Das gilt vom 1.2., also den ganzen Monat. Das braucht ihr mir auch dann nur schreiben. Set aus 5 Körperpflegeprodukten. 11,99 Euro. Das sind die Online-Angebote. Und bei den jetzt folgenden Angeboten steht überall eine Bestellnummer dabei. Da braucht ihr mir nur die Bestellnummer sagen. Zur Sicherheit könnt ihr natürlich auch Reisebecher dazu schreiben. So, dann schauen wir mal, was es alles gibt. Hier ist ein Set. Das enthält ein Odel-Toilett, Shampoo und Duschgel und einen Deo-Roller. Der Wert des Sets sind 37 Euro. Das bekommt ihr bis im Februar für 12,69 Euro. Das ist doch mal ein Set für den Herrn. Hier gibt's nochmal ein Bonusangebot. Die Platinum-Cremes gibt es mit einem Rabatt von 63%. Zu finden auf den Seiten 44 bis 45. Da solltet ihr auf jeden Fall nochmal reinschauen. Hier gibt's auch noch ganz viele Sets. Lieblingsprodukte zu wirklich tollen Preisen. Spritziges Bergamot, Königin der Nacht, samtiges Sandelholz, Eau de Parfum. Für sagenhafte 12,99 Euro. Und hier kommt wieder unsere Outlet-Seite. Da könnt ihr bis zu 72% sparen. Da müsst ihr aber schnell sein, weil die Produkte sind immer schnell vergriffen. Hier zum Beispiel der Booster. Tuchmaske mit Grapefruit-Extrakt für 1,39 Euro. Auf den Seiten, das ist die Outlet-Seite. Da könnt ihr 79% sparen. Und hier könnt ihr sogar bis zu 80% sparen. Das ist noch eine Seite mit Parfum zu sagenhaften Preisen. Und im Outlet sind einige Textilien. Das ist doch ein schönes, schönes Shirt. Für 19,99 Euro. Dann in der Schmuck. Das ist Modeschmuck. Im Schmuckbereich könnt ihr bis zu 70% sparen. Und hier gibt es Lippenstifte und Nagellack. Oder auch eine Make-Up-Palette. Ne, Lidschatten ist das. Lidschatten Palette für 6,99 Euro. Also das Outlet-Angebot ist im Januar oder im Februar immer sehr besonders groß. Hier dürft ihr euch, wenn ihr möchtet, auch Duftproben aussuchen. Dann schicke ich euch die mit. Auch einfach die Bestellnummer. Das Love Inspires ist ein ganz toller Duft. Für 10,75 Euro. Hier ist ein Set für die Kosmetiktasche. Mit Taschenspray. Also ein Geschenkset für 5,45 Euro. Und denkt bei den Geschenken daran. Noch schöner sieht es aus, wenn ihr die in unseren kleinen Zuziehbeutelchen verschenkt. Die zeige ich euch gerade nochmal eben. Da sind wir bei den Masken. Da geht ihr einfach hier in meinen Textilshop. Baumwoll- und PP-Taschen. Baumwolltaschen. Und dann hier die kleinen Zuziehbeutelchen. Da gibt es in verschiedenen Größen. Das ist jetzt ein größerer. Wenn ihr zum Beispiel Haarpflegesets verschenkt. Der kostet 1,05 Euro. Aber die gibt es ja auch in kleiner. Wenn ihr nur ein Parfum verschenkt oder so. Oder die Apothekertasche eignet sich auch sehr als Geschenkverpackung. Hier sind die Zuziehbeutelchen. Der 17 mal 20. Der kostet 52 Cent. Die könnt ihr hier in meinem Shop bestellen. Die Apothekertaschen gibt es auch farbig. Das wollte ich nur nochmal erwähnt haben. Am Rande. Weil das sieht doch schön aus. Wenn ihr die dann in einem Baumwollbeutelchen verschenken könnt. Schaumbäder für 1,15 Euro. Die duften herrlich. Wundervolle Düfte. Granatapfel und Mango. Hier, lass deine Schönheit strahlen. Mit Schimmerpartikeln. 4,75 Euro. Der Schal ist klasse. Für 4,15 Euro. Schals kann man ja wirklich nicht genug haben. Oder die Geldbörse. Für 7,75 Euro. Die ist sehr geräumig. Hier unten seht ihr es. Wie sie aufgeschlagen aussieht. Dann wieder Schmuck. Und zeigt her eure Beine. Strumpfhosen gibt es. Im Februar gibt es Strumpfhosen. Die sind immer sehr schnell weg. Da müsst ihr euch beeilen. Hierfür die Haut. Mit Hyaluronsäure. 13,15 Euro. Antifalten. Konzentrat. Und hier. Und hier das Neuheiten-Set. Gibt es für 14,45 Euro. Schauen wir nochmal in unseren Jesper Nielsen Shop rein. Denkt dran. Bis morgen gibt es auf alle Produkte noch 50% Rabatt. Hier zum Beispiel die schönen Armbänder. Sehen die nicht klasse aus? Mit den Charms. Die Charms könnt ihr euch ja auch da drunter. Klickt ja auf Charms. Hier zum Beispiel das Armband. Das ist der Klassiker. Das gibt es in Andrasit Metallic. Double. Also doppelt. Wobei das einfache würde ich sagen. Das reicht schon. Das sieht doch klasse aus. Das kostet 32,15 Euro jetzt. Das gibt es natürlich auch im Dreier. Also einfach, doppelt und dreifach. Das ist jetzt Geschmackssache. Das müsst ihr euch aussuchen, wie ihr wollt. Es gibt es in Schwarz, in Blau, in Bronze, in Braun, in Koralle und in Creme und in Grün und in Grau und in Lavendel. In Light Blue und in Mint, in Nude. Das ist so ein Beige Ton. Dann noch in Pearl Metallic. Pearl Metallic ist natürlich edel. Purple in Lila, in Rot, in Rosa. Also ihr könnt zu jedem Outfit das passende Armband bestellen. Und dann die Charms. Die könnt ihr ja wechseln. Oder ihr kauft euch zu jedem eigene Charms. In Weiß, in Gelb. Wunderschön diese Armbänder. Es ist ein echtes Highlight. Es ist auch einer der Bestseller hier. Die Charms zeige ich euch auch nochmal. Hier die ganzen mit Perlen oder mit Love. Also hier so ein Amethyst. Die sehen eigentlich alle klasse aus. Der graue Mond sieht toll aus. Die Perlen sehen immer gut aus. Das Herz ist natürlich toll. Da gibt es auch ganz viele Charms. Also hier könnt ihr nach Herzenslust stöbern. Und denkt dran. Bis morgen 50% Rabatt. Der wird direkt bei der Bestellung im Warenkorb abgezogen. Und im Februar die Aktion. Die müsst ihr euch. Dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Ihr bekommt den Schmuck dauerhaft günstiger. Und ihr verdient an allen Bestellungen aus eurem Shop. Im Moment. Also wie gesagt. Im Februar ist der Einstieg kostenlos. Sonst kostet der glaube ich 199 Euro. Also nutzt das. Klickt hier oben auf Botschafterlogin. Und dann steht es hier. Today you can join for free. Yes. No cost for all of the above. Also ihr kriegt einen Online Shop. Habt ihr euren eigenen Online Shop. Und ihr bekommt freies Training. Wenn ihr da was braucht. Und es wird werden Events veranstaltet. Das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Meldet euch einfach hier als Botschafter an. Einfach auf Botschafter werden klicken. Das Land auswählen. Und dann die Registrierung ausfüllen. Und ganz wichtig. Hier unten beim Lizenz bei Registrierungsoptionen. Seht mal. Das Lizenzpaket kostet 671 Euro. Oder in 12 Monatsraten 57,98 Euro. Und jetzt bekommt ihr das kostenlos. Das ist allerdings das Junior Lizenzpaket. Hier oben das Lizenzpaket. Lizenzpaket enthält ja auch noch ein Schmuckpräsentationspaket im Wert von 852 Euro. Es hat also einen Wert von 2.299 Euro. Also überlegt da nicht lange. Meldet euch bei Jasper Nielsen hier über meinen Link. Ich habe alles in der Videobeschreibung verlinkt. Meldet euch da an als Berater. Und bei Avon könnt ihr natürlich auch Berater werden. Da braucht ihr nur auf meinen Shop zu gehen. Den habe ich auch verlinkt. Und dann müsst ihr ganz nach unten scrollen. Und da steht dann Beraterin werden. Ich erkläre euch das aber nochmal in einem anderen Video. Okay, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.